Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Wachs drauf Topf herunter. Anzunehmen bei Sprecherin Brinte in den scharenden Tiefen an dieser Stelle. Vor Quests waren Quinecobolde und hier wird nichts verschwendet. Wachstöpfe ruiniert 0 von 6. Dann schauen wir mal wo diese Töpfe sind. Oh, ich dachte, ich bin aufgemontet. Jetzt aber. Schaut mal. Jetzt sind wir auch schon im Questgebiet. Überoben. Und das sind diese Töpfe, die wir ruinieren müssen. Natürlich sind auch ein Haufen Gegner hier. Einfach rechts klicken. Hier war auch die Map. Ziemlich kleines Questgebiet. Also sind alle Töpfe ziemlich nah zusammen. Zwei von sechs. Da ist noch einer. Weiter geht's. Hier ist auch noch einer. Noch ein paar Gegner. So. Töpfe benutzen. Vier von sechs. Und jetzt noch zwei da hinten. Da sind sie. Mobs töten. Mobs töten. Sie werden euch eh angreifen. Vielleicht habt ihr auch Glück und ein paar Spieler haben sie getötet. So. Und jetzt noch ein Top. Er ledigt. Dann geht es in diese Richtung. West ist ja bereit zur Abgabe. West ist abzugeben bei Sprecher Wind-Winte in den schadenden Tiefen an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt's den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wer wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Gut.